... sechs Stunden Feuer frei, der verbrennte Timo Bernhard auf 2, André Losserer auf 3, so bremst man diese enge Eingangskehre in die Mercedes Arena an, aber da hat es nicht den von dir zitierten Angriff gegeben. Man hat nun mal hier aber zum Rückgang, weil es keine Flüchtigkeit wird, von ihren Fremden negativ, tritt von den Kratzen. Die отправung der Schleswig-Holstein an derください und der Kratzen eröffnet. Gestern auf 3,5 km, aus dem Schleswig-Holstein an der Qualität. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018